Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Olessia. Die meisten von euch werden mich kennen, aber die, die jetzt gerade zum ersten Mal einschalten, herzlich willkommen. Ich bin Olessia. Auf meinem YouTube-Kanal findet ihr ganz viele Beauty-Videos, aber auch Videos zum Thema Fashion und auch zum Thema Lifestyle. Ich bin gerade frisch in ein Haus gezogen. Dazu habe ich auch schon einige Videos hochgeladen. Also eigentlich so ein kunterbuntes Thema. Ich bin schon seit bald sieben Jahren auf YouTube unterwegs mit meinen Beauty- und Make-up-Videos und ich bin dankbar für alle meine Follower und freue mich natürlich auch über neue. Und heute bin ich ein Teil einer Videowoche, einer Drogerie-Favoriten-Videowoche. Und zwar habe ich mich zusammen mit sechs anderen YouTubern getan und wir haben diese Woche jeden Tag neue Beauty-Videos für euch. Also es geht komplett um Drogerie. Wir haben verschiedene Kategorien, jeder von uns. Meine Kategorie ist Contouring und so wie ihr schon sehen könnt, habe ich kein Contouring auf meinem Gesicht. Und ich habe zwar meine Augen geschminkt, meine Lippen, meine Augenbrauen sind gemacht, aber mein Gesicht ist einfach total unvollkommen. Manchen fällt das vielleicht gar nicht so auf, aber mir fällt das so auf und ich fühle mich fast auch ein bisschen unwohl. Ich fühle mich auch ohne Make-up komplett wohl, absolut. Aber wenn ich mich schon schminke, dann ist für mich Contouring ein absolutes Must-Do. Und deswegen nehme ich euch auch mit, wie ich das so aufbaue. Aber ich zeige euch natürlich auch den direkten Vergleich. Wie schaue ich aus ohne Contouring und wie schaue ich aus, wenn ich mein Gesicht konturiert habe? Ich finde, das ist ein riesen Unterschied. Mit Kontur hat man einfach das Gesicht nochmal geformt, aufgefrischt, gehighlighted und es hat so viele Vorteile, finde ich. Und ich finde insgesamt, dass man mit konturiertem Gesicht immer besser ausschaut. Auch wenn es natürlich Geschmackssache ist. Man muss natürlich auch nicht alle Schritte machen. Ich zeige euch, wie ich das mache und vor allem noch viel wichtiger, welche Produkte ich dafür verwende. Alle, wie gesagt, sind aus der Drogerie. Ich werde zum Contouring zum Beispiel, finde ich, zählt auch ein Concealer. Aber da werde ich jetzt nicht näher darauf eingehen. So, dann ziehe ich mir mal meinen Haarreif an, gell? Damit die Haare alle schön aus dem Gesicht sind. So, und dann trage ich als allererstes mal einen Concealer auf. Das allererste, was schon sehr, sehr viel ausmacht beim Konturieren, beim Highlighten und so weiter, ist der Concealer, wenn ihr mich fragt. Mit einem Concealer, der schaut jetzt sehr hell aus. Ich werde den zetten und dann wird das viel schöner und harmonischer ausschauen. Aber mit einem Concealer kann man nicht nur Stellen abdecken, die man gerne verstecken möchte, sondern man kann auch richtig toll highlighten. Und zwar zum Beispiel die Partie unter dem Auge möchte man oft highlighten. Oder je nachdem, was für eine Gesichtsform ihr habt, möchtet ihr vielleicht auch euer Gesicht strecken oder sogar eher weiter aussehen lassen. Wenn ihr zum Beispiel ein sehr schmales Gesicht habt, ein längliches, dann möchtet ihr vielleicht ein bisschen in die Breite arbeiten. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man den Concealer auch richtig aufträgt. Ich kann von mir ausgehend sagen, dass ich ein sehr markantes Gesicht habe. Das seht ihr natürlich auch selbst. Deswegen möchte ich mein Gesicht immer ein bisschen schmaler schminken. Deshalb ist es hier wichtig, auch den Concealer so aufzutragen, dass er mein Gesicht nicht noch weiter aussehen lässt. Deswegen halte ich den mehr hier so vorne. Und jetzt kommt das erste Produkt, das ich euch empfehlen möchte. Und zwar ein Puder. Bei Setting-Pudern ist es so, dass ich... Ich habe eine trockene Haut und deswegen bin ich bei Puder immer sehr vorsichtig. Denn da, das trocknet meine Haut oft auch zusätzlich aus. Also ich bin natürlich ein Fan von Creme-Produkten, Feuchtigkeitsspendend-Produkten. Alles, was meine Haut glowy aussehen lässt. Und ein Puder mattiert natürlich das Ganze und macht eigentlich das Gegenteil. Deswegen, Leute mit trockener Haut sollten bei Pudern echt aufpassen. Aber ich finde, die Stelle unter dem Auge sollte auf jeden Fall auch nicht glänzen. Man sollte sie auf jeden Fall setten. Deswegen benutze ich ein Puder, das möglichst meine Haut nicht austrocknet. Ich benutze normalerweise... 80% benutze ich Produkte aus dem High-End-Bereich. Aber es gibt natürlich auch wundervolle Produkte in der Druckerie. Und wie ihr schon sehen könnt, ich habe hier ein mega schönes Puder. Das hat mein Concealer auf jeden Fall ein bisschen gesettet. So hält das Ganze ruhiger. Aber mit dem Setten mattiert man nicht nur, sondern man macht das Ganze natürlich auch länger haltbar. So, weil ich das Ganze hier highlighten wollte, habe ich den Concealer natürlich heller gemacht. Der schaut sehr hell aus. Aber glaub mir, wenn gleich alles zusammenkommt, dann wird es auf jeden Fall harmonisch aussehen. Und das Puder, das ich euch sehr empfehlen kann, falls ihr auch trockene Haut habt, aber trotzdem euer Gesicht setten möchtet. Nicht nur hier, sondern allgemein kann ich euch dieses Puder empfehlen. Das ist ganz neu erst, aber trotzdem schon bin ich total in love. Das ist von Catrice, das Mineral Mud Face Powder. Das ist aus der Clean ID und ich habe es in der Farbe 010 Neutral Sand. Und das ist so ein gepresstes Puder. Aber das ist super, super fein. Und das schaut so schön aus, als hätte man sich so einen Filter unter die Augen aufgetragen. Deswegen liebe ich das sehr. Dann gehen wir mal weiter mit dem Thema Kontur. Ich habe hier zwei Paletten. Also, sagen wir es mal so. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr wunderschöne Konturprodukte in der Drogerie. Ich habe hier welche vorliegen, die wirklich einfach ewig schon meine Favoriten sind, auf die ich immer wieder zurückgreife, die ihr bei mir auch immer wieder seht, wenn ich so Drogerie-Videos mache, weil es einfach meine absoluten Favoriten sind. Auf die kann ich einfach zählen und ich weiß, die funktionieren einfach bombastisch. Und das sind zum Beispiel diese beiden Paletten. Die sind sehr ähnlich, wenn nicht sogar gleich, könnte man sagen, von der Farbauswahl. Die eine Palette ist von Trended Up und die andere Palette ist von Catrice. Catrice, Leute, generell Hand aufs Herz, meine Lieblingsmarke in der Drogerie. Eine meiner Liebsten, auf jeden Fall L'Oreal, Maybelline und so ist klar Manhattan. Aber irgendwie, Catrice sticht für mich immer wieder sowas von heraus. Und gerade auch deren Faceprodukte sind wirklich so, so schön. Deren Bronzer, deren einzelne Bronzer wunderschön. Blushes, Highlighter, eigentlich kann man da nie was falsch machen, muss ich wirklich sagen. Aber falls ihr wirklich so Konturpaletten braucht, sucht, ne, oder vielleicht auch Paletten, wo ihr mehrere Produkte auf einmal habt und auch sicher gehen wollt, dass da alles sehr gut funktioniert, da kann ich euch die wirklich sehr empfehlen. Das ist die Three Steps to Contour, Contour Bronze und Highlight Palette. Wobei Highlight darf man hier nicht missverstehen. Das ist kein Highlight für auf die Wange, damit die Wange glänzt, ne, oder so, ja, eben schimmert. Sondern das ist ein Highlight Puder für diese Partie hier zum Beispiel gedacht. Hier habe ich ja auch gehighlighted, aber matt gemacht. Aber trotzdem ist die Stelle heller. Deswegen heißt es auch gehighlighted. Funktionieren alle richtig gut. Mit dem Ton könnt ihr wunderbar euer gesamtes Gesicht setten. Für die Partie unter dem Auge finde ich das ein bisschen dunkel, ehrlich gesagt. Da mag ich lieber was Helleres, wie zum Beispiel dieses, was ich euch eben gezeigt habe. Funktioniert wirklich besser. Wofür ich diese Palette vor allem gern habe, ist für diesen kühlen Ton. Denn beim Contouring, für mich ist Contouring eigentlich insgesamt auch eben das hier Satin und Bronzen und so weiter. Aber das Konturieren an sich ist wirklich das Gesicht eben zu formen. Und dafür braucht man immer ein Produkt, das so ein bisschen graustichig ist. Und deswegen ist es wichtig eben, ist dieser Ton hier sehr, sehr wichtig. Und genau das gleiche eben in dieser Trended Up Palette, die auch so empfehlenswert ist. Pigmentierung wunderbar, lässt sich toll ausblenden. Und das ist auch einfach die Trended Up Face Contour Set Palette. Super easy. Ich benutze heute mal die Palette von Catrice, weil ich die von Trended Up ewig und ständig benutze. So, und hier gehe ich als allererstes in den grauen Ton. Und das ist eben ganz wichtig auch beim Konturieren. Auch später, wenn ihr einen Bronzer, Blush und Highlighter und alles auftragt, ist es wichtig, mit diesem kühlen Ton anzufangen. Und es ist auch wichtig, den richtig auszutragen und auch nicht zu weit. Also ich mache ein kleines Tutorial dazu. Ich gehe natürlich auch mehr die Produkte ein, aber ich zeige euch auch, wie man das aufträgt, weil ich finde, das ist so wichtig. Nicht nur gute Produkte da zu haben, tolle Pigmentierung, wundervolle Pinsel, sondern man sollte auch wissen, wo man die Produkte aufträgt. Ich habe übrigens kürzlich erst ein How to Makeup auftragen oder Do and Don'ts Video gedreht, mit Produkten aus der Drogerie. Und da zeige ich euch eine Hälfte, wo ich die Produkte auftrage, wie man es auftragen sollte. Und auf der anderen Hälfte zeige ich euch, wie man es vielleicht lieber nicht auftragen sollte. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Aber heute geht es wirklich nur um die Konturprodukte. So, hier sieht man bei mir eigentlich ganz gut, wo die Vertiefung ist. Das heißt aber nicht, dass das Konturprodukt oder auch der Bronzer genau hierhin kommt. Es kommt eigentlich darüber. Diese Linie hier ist sozusagen das Ende von Kontur, Bronzer und Blush. Und darunter sollten eigentlich keine Produkte sein, denn sonst wird unser Gesicht so nach unten gezogen. Und wir möchten das Ganze hier liften und highlighten. Deswegen, selbst dieses graustichige Produkt, dieses kühle Produkt, gebe ich knapp über dieser Linie hier. Das heißt, das ist direkt unter meinem Wangenknochen. Und mit diesen graustichigen Konturprodukten sollte man, mit denen sollte man sehr vorsichtig umgehen. Eher minimalistisch. Also nicht zu großflächig auftragen, nicht zu weit ins Gesicht, in die Gesichtsmitte ziehen. Sondern haltet euch lieber außen. Wo möchtet ihr euch einen Schatten setzen? Wo möchtet ihr euer Gesicht schmaler aussehen? Dort tragt ihr die Konturprodukte auf. Ich möchte zum Beispiel auch gerne, dass es hier ein bisschen schmaler ausschaut. Meine Stirn ist nicht groß. Deswegen möchte ich sie auch nicht optisch kleiner machen. Deswegen gebe ich mir auch hier kein Produkt auf. Wenn ihr eine sehr hohe Stirn habt, dann gebt ihr das Konturprodukt komplett um die Stirn auf. Oder sogar nur oben. Meine ist klein, deswegen spare ich das natürlich aus. Sonst habe ich noch eine kleinere Stirn. Und was ich auch gerne mache, ich gebe mir hier eine Kontur, damit es hier so schön scharf ausschaut. Bei der Nase ist es so, absolut Geschmackssache. Ich rühre meine Nase sehr selten an, muss ich ehrlich gestehen. Ich könnte vielleicht mehr damit machen, aber ich bin da sehr vorsichtig und sehr ängstlich. Weil es ist so mitten im Gesicht und man sieht, wenn es schlecht konturiert ist. Deswegen gehe ich da gerne einfach nur mit meinem Bronzer mal drüber. Und ich finde, das reicht meistens auch. So, das war es eigentlich auch mit der Kontur. Das war zwar sehr wenig, sehr minimalistisch, aber es macht viel aus, weil es eben graustichig ist und einfach mal diesen Schatten setzt. Das reicht auch schon. Mit dem Bronzer werden wir jetzt richtig schön weiterspielen. So, der Bronzer aus dieser Palette ist auch wieder richtig gut. Wie gesagt, es gibt, ich blende euch auch hier Produkte ein, die ich sonst auch richtig gut finde, aber nicht hier habe. Denn ihr wisst vielleicht, wenn ihr mir schon länger folgt, ich bin der Aussortier-Profi. Ich sortiere ständig Produkte aus. Ich habe auch eine relativ kleine Kollektion dafür, dass ich ein Beauty-YouTuber bin. Aber ich habe gerne alles im Überblick und ich möchte nicht, dass Produkte bei mir hier schlecht gehen, wenn doch jemand sie in dieser Zeit jetzt benutzen könnte. Deswegen blende ich euch Produkte ein, die ich aktuell nicht da habe, aber trotzdem richtig gut performen. Das ist zum Beispiel der City-Bronzer von Maybelline. Der ist super. Der ist richtig schön pigmentiert. Der performt wunderbar. Genauso wie die einzelnen Bronzer auch von Catrice. Die finde ich auch richtig gut. Diese Palette sortiere ich aber nie aus, weil sie eben mehrere Farben hat, die alle super gut funktionieren. So, ich gehe jetzt einfach mal hier wieder in diese Palette, in diesen mittleren Ton. Wie ihr seht, der Bronzer, der ist schon ein bisschen wärmer, manchmal ein bisschen rotstichiger. Da müsst ihr auch gucken, was so am besten zu euch passt. Egal, welches Produkt ihr aufs Gesicht auftragt, klopft es vorher ab, damit ihr nicht zu viel auf dem Pinsel habt. Und jetzt werde ich mit dem Bronzer eigentlich genau auf oder etwas über dem Konturprodukt gehen und werde mein Gesicht insgesamt aufwärmen und diese graue Linie so ein bisschen verschwinden lassen. Und so schaut das dann insgesamt aus. Wenn ihr mich fragt, dann gebe ich den Bronzer auch ein bisschen hier drunter auf und verblende das auch meinen Hals runter, damit ich keine harten Übergänge habe. Und das Ganze mache ich natürlich auch wieder hier. Wie ihr seht, gebe ich den Bronzer eigentlich genau auf meinen Wangenknochen auf. Nicht hier eben in diese Linie, sondern genau da drauf, weil das liftet das Ganze auf jeden Fall mehr. Und eben, je nachdem, wie ihr euch geschminkt habt, muss man jetzt auch schauen, dass alles harmonisch zusammenkommt. Das heißt, man sollte jetzt aufpassen, dass die Nase jetzt nicht so hell und weiß hervorsticht. Die ist zwar jetzt nicht weiß, die ist nachher aber von der Foundation, aber trotzdem sollte das irgendwie ein bisschen besser zusammenkommen. Deswegen gehe ich mit dem Bronzer so etwas über die Nase, damit es wie so sonnengeküsst einfach ausschaut. Aber auch vorsichtig, dass ich jetzt nicht hier meinen Concealer angreife, weil der soll ja meine Augenpartie hervorheben. Deswegen passe ich hier ganz doll auf. Aber mit dem Bronzer war es das auch schon. Und ich finde, der Ton passt einfach perfekt. Also zu meinem Typ passt dieser Bronzer-Ton auf jeden Fall perfekt. Ich bin jetzt schon sehr happy, weil das macht einfach so viel aus. Oh mein Gott, einfach wow. Bei den Blushes kann ich euch auf jeden Fall auch zwei zeigen, die ich hier habe. Das gehört für mich zum Contouring auf jeden Fall auch dazu. Und Contouring ist für mich so allgemein einfach das Gesicht, den Ton perfektionieren und formen. Und Blush gehört auch einfach dazu. Denn mit einem Blush könnt ihr euer Gesicht, euer Make-up einfach insgesamt frischer aussehen lassen. Wenn ihr so ein ganz leichtes Make-up nur tragt und gar nicht so Contouring jetzt euer Thema ist, dann könnt ihr trotzdem so ein bisschen Blush auftragen. Vielleicht auch Blush als Lidschatten auftragen. Das wird euren Look viel frischer und schöner aussehen lassen. Auf jeden Fall. Deswegen ist ein Blush schon eine gute Sache. Ich habe hier wieder einen von Catrice. Das ist ein ganz, ganz neuer aus dem neuen Sortiment. Das ist einmal der Cheek Lover Blush in der Farbe 10 Blooming Hibiskus habe ich den. Welche Blushes auch richtig gut sind, sind die von Max Factor. Das sind auch so Puder Blushes. Und ich habe auch nur Puder Produkte, muss ich sagen. Auch wenn ich eine trockene Haut habe, aber ich bin einfach ein Fan von Puder Produkten. Gerade wenn es ums Gesicht geht und Bronzer und Highlighter und so. Ich kann damit einfach viel besser arbeiten. Deswegen zeige ich euch heute auch vor allem Puder Produkte. Also hier die Max Factor Blushes kann ich euch auch sehr empfehlen. Die sind wunderschön. Ich benutze jetzt aber wieder ein Produkt von Catrice. Weil ich finde diesen Goldschimmer hier einfach so wow. Und ich gehe so mit tupfenden Bewegungen hier drauf. Und ich ziehe das auch so schön nach hinten. Und bei diesem Blush ist es so, wie ihr schon sehen könnt. Der hat ganz viele Schimmerpartikel hier drin. So, dass man fast kein Highlighter braucht eigentlich. Sondern der Blush reicht auch schon. Also da müsst ihr wirklich, müsst ihr schauen, ob euch das zu wenig ist oder zu viel. Oder ob es genau richtig ist. Aber eben für so einen frischen Look. Ihr tragt nur diesen Blush auf. Und ihr habt insgesamt das Gesicht aufgefrischt. Und habt auch wie ein Highlighter aufgetragen. Das wäre so das Thema Blush. Also es ist schon wichtig. Es frischt auf. Es ist schön. Aber ich bin jetzt nicht so ein Fan. Denn ich bin auf jeden Fall viel mehr ein Fan von Bronzer. Bronzer ist für mich einfach life changing. So, und dann kommen wir auch schon zu den Highlightern. Da gibt es auch eine super schöne Auswahl. Ich finde, welcher Brand der Drogerie auch sehr gute Highlighter macht, ist Essence. Da gibt es immer richtig schöne, mega gut pigmentierte Highlighter. Das ist auf jeden Fall klar. Aber was für mich jetzt sehr heraussticht seit dem letzten Jahr. Den Highlighter habt ihr auch in meinen Beauty-Jahres-Favoriten gesehen. Das ist einfach hier dieser Trended Up Highlighter. Oh mein Gott. Das ist der Super Glow Baked Highlighter. Das ist die Nummer 10. Ich habe es zwar abgerissen, aber ich weiß es. Weil ich liebe den. Der Ton ist einfach perfekt. Das ist so ein Champagner-Ton. Und auf meinen Wangenknochen für meinen Hauttyp funktioniert der Highlighter einfach super. Der ist so schön pigmentiert. Ich kann einfach nicht glauben, wie das Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Also, wie günstig das eigentlich ist dafür, was es kann. Es ist einfach wow. Mit dem Highlighter könnt ihr natürlich jetzt so ein bisschen spielen. Ihr müsst auch wieder aufpassen, dass ihr nicht zu viel an den falschen Stellen auftragt. Ich gebe mir so ein bisschen was auf meine Nase. Ein bisschen was über meinen Augenbrauen. Vielleicht auch etwas hier. Über dem Lippenbogen. Größe aussehen zu lassen, um das so ein bisschen zu highlighten. Ein Highlighter könnt ihr natürlich auch hier auf euren Knochen hier auftragen. Das kann man natürlich auch machen, wenn man vielleicht aber eher was Offenes trägt. In meinem Fall lohnt sich das jetzt gerade nicht so wirklich. Und ein Highlighter kann man natürlich auch unter den Augenbrauen, im Augeninnenwinkel. Da gibt es wirklich super viele Stellen. Aber das ist wirklich die einzige Empfehlung, das einzige Highlightprodukt aus der Drogerie, worauf ich wirklich nicht verzichten könnte. Und auch wenn ich mehr Highlighter benutze, wie ich schon zu Anfang sagte, ist das ein Highlighter, der auf jeden Fall immer dabei ist. Bei jedem Make-up-Look. Und das wäre auf jeden Fall der Look konturiert. Komplett mit Drogerie-Produkten, die super pigmentiert sind, sehr schön funktionieren, fleckenfrei. Ich meine, ihr habt das ja gerade gesehen in der Anwendung. Und ja, ich liebe dieses Thema. Deswegen bin ich so froh, auch dass ich das haben konnte. Und ja, konturieren ist für mich auf jeden Fall der Lieblingsschritt in dem ganzen Make-up, generell der Tant. Und ich hoffe, ihr könnt jetzt ganz gut dieses Vorher-Nachher sehen und auch nachempfinden und vielleicht nicht verstehen, warum ich das so gern habe. Also schreibt sehr gerne in die Kommentare, wie wichtig Contouring für euch ist. Und ob ihr das raus habt oder ob ihr das Gefühl habt, dass ihr immer noch nicht richtig wisst, wo welches Produkt hinkommt. Ja, in dem Fall könnt ihr auf jeden Fall auch meine Videos anschauen. Ich habe für so Anfänger-Tutorials auf jeden Fall schon einige Videos gemacht. Schaut auf jeden Fall auch in meiner Playlist vorbei. Und ja, das war es dann auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, ihr könnt aus diesem Video etwas mitnehmen. Ich hoffe auch, ihr habt schon gestern eingeschaltet. Gestern war schon das erste Video aus unserer Video-Woche online. Ich werde es euch auf jeden Fall unten in der Infobox verlinken. Und zum Ende der Woche verlinke ich euch natürlich alle Videos in meiner Infobox. Ansonsten schaut sehr gerne auch bei den anderen YouTubern vorbei. Ich würde mich sehr, sehr, sehr darüber freuen. Hinterlasst dort auch liebe Grüße von mir. Und ansonsten, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe. Ciao! Ciao! Ciao!